Sardellen Fischetiere an ehemals Selmkenzi seltsam kennt sie oder deseltsam kennt sie die Sardellen, Engraulidae, von Ital Sardella, zu Latsa dafür Hering, sind eine Familie der Heringsartigen. Die kleinen Fische leben als planktonfressende Schwammfische in den Ozeanen gemäßigter und tropischer Breiten. Die meisten Arten kommen vor allem in der Nähe der Küsten vor, einige auch im Süßwasser, die meisten davon in Südamerika. Sardellen werden je nach A2 bis 41 cm lang. Die meisten bleiben unter 20 cm. Ihr Körper ist meist spindelförmig mit ovalem Querschnitt.